Zirkslig ist richtig ins Spiel kommen kann, wird nachgelegt. Frecher Freistoß von Abdelhamid Sabiri und drin ist das Ding. Zweitklub ersetzt nach, erobert sich den Ball zurück und schließlich versenkt Lukas Jäger den Ball zum 3 zu 0. In der zweiten Hälfte zeigt sich der Klub nicht mehr ganz so torfreudig wie in den ersten 45 Minuten. Für zwei Tore reicht es aber trotzdem. Abdelhamid Sabiri auf Edgar Sully, 8 zu 0.